Hallo, ich bin Marcel, heute beim Music Store und darf euch Genelecs The Ones vorstellen. The Ones ist eine Lautsprecherfamilie, die hat ihr erstes Mitglied bekommen 2015 mit der 83-51, habe ich auch hier schon mal vorgestellt. Und wir haben jetzt, knapp zweieinhalb Jahre später, tatsächlich noch zwei kompaktere Modelle dazu bekommen, die 83-31, hier ganz außen, und die 83-41, das ist der Lautsprecher in der Mitte. Wir haben damit mit der 83-31 tatsächlich momentan den kleinsten Dreiweg-Lautsprecher dieses Planeten. Also kompakter gibt es momentan nicht, wenn ihr Richtung Dreiwege schaut. Und auch 83-41 ist also immer noch in der Größenordnung, die sich also sehr gut auch in kompaktere Studioräume integriert. The Ones heißen The Ones, weil sie als Punktschallquelle konzipiert sind. Das heißt, der Schall wird abgestrahlt ausgehend von einem Punkt. Wir haben in der Mitte dieses sehr eigene Design, was auch immer noch ein bisschen auffällt, weil es kaum jemand anderes so verbaut. Wir haben einen koaxialen Hochton- und Mitteltontreiber und haben dann außen hinter der Schallführung, das sind diese beiden kleinen Öffnungen, die ihr seht, zwei ovale Basstreiber. Das heißt, dieser ganze Lautsprecher ist komplett symmetrisch aufgebaut, ausgehend von einem Punkt. Was ist jetzt genau der Vorteil einer Punktschallquelle? Wenn wir uns beispielsweise ein Orchester in einem Konzertraum anhören, hören wir die Violinen, zum Beispiel vorne links, einfach deswegen, weil der Schall minimal früher an unserem linken Ohr ankommt und auch einen anderen Pegel hat. Das heißt, wir müssen, wenn wir Lautsprecher benutzen, diese Illusion genau so umsetzen, eigentlich auf zwei Lautsprecher, links und rechts. Das funktioniert wirklich nur, wenn die Lautsprecher dieses Bild genau so wiedergeben, damit unser Gehirn uns sagt, okay, das ist das Originalbild, was im Orchester bestand und was wir jetzt wieder darstellen. Und der Vorteil der Punktschallquelle ist jetzt, dass die Treiber eben alle symmetrisch sitzen, also der Schall ausgehend von einem Punkt bei uns ankommt und der Abstand zum Ohr immer gleich bleibt. Das heißt, auch wenn ich meinen Kopf leicht bewege, wenn ich zum Beispiel beim Mischen auch mich an einem Keyboard bewege oder ein anderes Gerät bediene, ist diese Räumlichkeit und die Stabilität immer gegeben und gleichmäßig vorhanden. Und ein weiterer wichtiger Effekt ist, dass wir wesentlich später ermüden. Denn jeder von uns weiß, wenn das Gehirn viel leisten muss, führt das dazu, dass wir schneller ermüden. Das heißt, wenn wir sechs, sieben, acht Stunden an einem Mix arbeiten und immer wieder beispielsweise feststellen, okay, die Räumlichkeit ist nicht ganz eindeutig, dann ermüden wir schneller und können dann eben nicht mehr ganz so effizient arbeiten. Und deswegen Punktschallquellen. Das Besondere an dem koaxialen Treiber, der in The Ones verbaut ist, ist, dass er ohne Spalte realisiert ist. Das heißt, wir haben einen absolut nahtlosen Übergang von Hochtonelement zu Mittelton und dann eben die hinter den Spalten sitzenden Basstreiber. Dass die hinter den Spalten sitzen, hat den Vorteil, dass eben die Auslenkung des Basstreibers nicht den Hoch- und Tonbereich moduliert, was bei anderen Koax-Prinzipien der Fall ist, wo die Treiber einfach nur voreinander angeordnet sind. Die Schallführung, das ist dieser gewölbte Bereich, nimmt die gesamte Front des Lautsprechers ein, ist also auch sehr groß, selbst bei den kompakten Modellen. Und das führt dazu, dass die Abstrahlung sehr ausgewogen ist. Das heißt, die Hörzone oder auch einfach gesprochen der Sweet Spot, in dem ihr arbeiten könnt, ist sehr breit. Das heißt, auch wenn ihr euch bewegt, sei es ein halber Meter, sei es ein Meter, ist die Abstrahlung immer noch ausgewogen und es kommt eben nicht zu Verfärbungen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass auch seitlich abgestrahlter Schall verfärbungsfrei bleibt. Und das ist daher interessant, weil gerade der Schall, der zur Seite abgestrahlt wird, ist der, der vom Raum reflektiert wird. Das heißt, auch da ist gegeben, dass ihr ein verfärbungsfreies Raumschallfeld bekommt. Was ist der Vorteil von Dreiwegtechnik? Wir haben in der Natur, wenn wir etwas hören, immer ein Gemisch verschiedener Frequenzen. Und wenn ich drei Wege zur Verfügung habe, wird dieser gesamte Frequenzbereich auf drei Treiber verteilt. Das heißt, jeder Treiber macht nur den Bereich, für den er konzipiert wurde. Und das macht er sehr gut. Das heißt, wir haben bei Dreiwegtechnik eine noch höhere und natürlichere Auflösung als im Vergleich zu zwei Wegen. Und bei The Ones ist es jetzt eben auch möglich, dass bei sehr kompakten Abmessungen trotzdem drei Wege zur Verfügung stehen. Früher war es häufig so, dass Dreiwege wirklich erst mit großen Wandeinbau-Lautsprechern verfügbar waren. Jetzt könnt ihr auch in sehr kompakten Räumen, auch im Nahfeld, alle Vorteile von Dreiwegtechnik nutzen. Wie ihr seht, ich habe jetzt Platz genommen, habe auch einen Rechner jetzt hier stehen. Und das hat folgende Bewandtnis. The Ones gehören zu den SAM-Lautsprechern. SAM steht für Smart Active Monitoring und bedeutet, dass die Lautsprecher DSP-Filter haben, mit denen wir Raumeinflüsse kompensieren können. Den schönen linearen Frequenzgang, den man bei Studiolautsprechern kennt aus den Datenblättern, der ist tatsächlich nur erreichbar im schalltoten Raum oder im Freifeld. Und beides ist natürlich in der Realität nicht der Fall. Ihr sitzt immer in einem Raum und es macht Sinn zu wissen, was bewirkt der Raum oder was bewirkt die Platzierung der Lautsprecher. Dazu ist es mit diesen Lautsprechern möglich, dass wir eine Messung durchführen. Es gibt das GLM-Kit, das besteht aus einem Netzwerkinterface und einem Messmikrofon. Vom Netzwerkinterface geht einfach über Netzwerkkabel dann die Verbindung zu den Lautsprechern und das Netzwerkinterface wird am PC oder Mac angeschlossen. Wir haben eine Software, die nennt sich Genelec Loudspeaker Manager und ganz zu Beginn gibt zunächst mal jeder Lautsprecher ein Sweep wieder. Der wird über das Mikrofon aufgezeichnet und wir sehen dann in der Software den Status quo in Form dieser roten Kurve. Und dann sehen wir selbst in einem recht guten Raum gibt es deutliche Überhöhungen, die einfach darauf basieren, dass es Raummoden gibt, das heißt stehende Wellen im Raum und die Software legt jetzt fest, wie die DSP-Filter eingestellt werden müssen, um diese Einflüsse möglichst gut zu kompensieren. Das heißt, wir erreichen mit der Einmessung in deutlich lineareren Frequenzgang, was für euch den Vorteil bringt, dass das, was ihr mischt, nachher eben auch in anderen Räumen und auf anderen Systemen gut funktioniert. Abschließend noch mal die drei Top Features von The Ones. Wir haben ein Dreiwegsystem in einem sehr kompakten Gehäuse, also eine hohe Auflösung, konsequente Punktschallquelle und ihr könnt Raumeinflüsse wirkungsvoll kompensieren durch die Einmessung. Und wie immer das Entscheidende ist, hört sie euch an, kommt hier im Store vorbei und lasst euch die Monitore vorführen, bringt gerne eigene Musik mit und lasst euch die Einmessung zeigen. Viel Spaß mit The Ones!